Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Welche Hausaufgabe? Ein Gedicht Interpretieren. Oh, ich habe sie schon gemacht. Ich habe auch eine Schwierigkeit dafür. Ich würde gerne ein Gedicht von Gute zu interpretieren, aber du weißt ja, ich brauche immer noch andere Perspektive, damit sie mir helfen könnte. Ich kann dir gerne helfen. Du kannst bei meinem Platz kommen. Okay, am Montagnachmittag um 2 Uhr. Hast du frei? Nein, das kann ich leider nicht. Ich habe eine andere Termin. Geht um 3 Uhr am Dienstagnachmittag. Okay, um 3 Uhr am Dienstagnachmittag. Genau. Oh nein, ich muss hier zu Hause gehen. Tschüss. Tschüss.